Hast du die Ecke schon gesehen hier? Guck mal da oben die Smirnoff Gläser Fassbrause, kannst du da ja unten noch eine gönnen Fall vom Glauben, ne? Sex Abteilung Unisex Loveballs Servus meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video zu einem neuen Lost Place Abenteuer Ich hab heute ein bisschen Begleitung dabei den jungen Herren kennt ihr noch nicht und es geht in eine verlassene Diskothek und was das jetzt gibt, seht ihr wie immer jetzt Bist du bereit? Ja dann ab in die gute Stube rein hier Sieht schon gut aus hier Ah, Gläser Tresor Tresore Eins, zwei, ok Gehen wir mal weiter, ne? Tatsächlich das sind die Nummern für die Dinger jetzt hier das sind die Nummern für die Kleider, ne? Geil War da vorne in dem Bereich noch was oder geht das nur hier lang? Ok? Hm, ich geh erstmal in die Richtung Ich folge dem Sebastian mal unauffällig Guck mal hier überall sind Tresore Guck mal hier überall sind Tresore Guck mal hier überall sind Tresore Ich geh mal davon aus Ich geh mal davon aus, dass hier die ganzen Mitarbeiter zu den einzelnen Dance-Holzen gegangen sind Lagerpersonal Ja, Getränkelager hier Ja, Getränkelager hier Boah Richtig mal Alkohol Sangria den Guten Krass Da hinten sind die Hast du die Ecke schon gesehen hier? Der René ist geflasht wahrscheinlich Krass, ne? Ja 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 Wow Guck mal da oben die Smirnoff Gläser Malibu Gibt's da noch Malibu? Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Ja Fasspause kannst du da ja unten noch eine gönnen Die geht bestimmt gut, oder? Da bauen sich manche Leute eine Shisha aus aus den Flaschen, ne? Auch total bescheuert So Jetzt kommen wir in eine größere Hall Boah mit einer Fläche oben Geil, da muss ich hoch Geil Aber hier ist nichts mit Lampen, ne? Die haben ja alles rausgehobst, hier ist ja gar nichts mehr drin, nichts, ne? Ich dachte da vorne liegt noch eine Lampe oder so, da muss ich noch mal runter Da oben hängen noch zwei Scheinwerfer Ansonsten Oh hier liegt ein Moving Head Ist schon so im Arsch das Ding Ist schon so im Arsch das Ding Ob da noch was geht? Oh ja doch Geil Jetzt kann ich das Rettchen noch drehen Boah die Farbe knallt Leute ich muss euch das nochmal kurz erklären Also ihr seht jetzt hier noch Hier sind so einige Farben drauf zu erkennen Die schieben sich dann vor eine Birne Die jetzt leider hier nicht mehr zu sehen ist Und dann geht das über diesen Spiegel Und wenn ich diesen Spiegel anleuchte Dann wird es einmal hell Und ihr seht, ich leuchte oben die Fläche an Und dieser Spiegel hat sich gedreht Und dadurch wurden halt ziemlich coole Effekte Projiziert Und dann gibt es jetzt hier verschiedene Muster Sternchen, Kreis und so weiter Und die verschiedenen Farben, die dann durchgespielt wurden Sehr cool So, reicht Genug Technik für heute Wir gehen mal weiter Ist auch wieder ein Haul Hier hat einer angefangen zu renovieren glaube ich Hier liegen frische Schrauben Nieten Nieten, Schrauben, Dosen Ich glaube die wollten hier was Neues aufbauen Aber das hat sich glaube ich Dann doch nicht mehr ergeben Also hier erheblich neue Sachen Was ist das? Mein Gott! Halloween Nicht schlecht oder? Nicht schlecht Also angeblich soll ich noch eine Sexabteilung geben Wo so ein paar Sexartikel liegen Siehst du das da? Ist jetzt nicht das was ich denke oder? Ey da steht Nebelmaschine Die steht da noch Hier auf der anderen Seite gibt es nochmal so eine Öffnung meine Freunde Und auch hier? Ne hier ist nichts Interessant Wir brauchen den Keller Ja geh mal hoch Sexspielzeichen Die Leiter Nein Jetzt habe ich nicht die sind voll die Tüten Also? Nein Mit Sexsachen Ehrlich jetzt Und damit verkaufst du auch wieder Ja sieh ja Das war schön drin da den Scheiß Voll vom Glauben ne? Unisexbett Ja in diesem Bereich wurden Sachen gelagert Für Ja spezielle Mottofaktes würde ich sagen Natürlich auch Stühle hier teilweise Und da hinten diese ganzen Eistüten Mit Sexspielzeugen Ha! Da! Liebeswürfel Und Unisex Love Balls Die Salithos Dinger sind cool da hinten Die Sitzsäcke Die Sitzsäcke Ich habe schon alle verschimmelt Echt? Leider wohl ja Aber sonst geil Da werde ich mir heute Abend erstmal die Kugeln in den Arsch stecken Ja bitte Ach Leute ist das ein Traum ne? Ich sehe aus wie eine Sau Ich sehe sie jetzt schon und der Tag Dann kommt ein regulier Was ist das hier noch? Einen Kabel Hier gab es dann noch Essen in Wamm, aber die Zwerden sind vorbei. Jetzt sind wir wieder da. Ne, da wollen wir nicht hin. Was ist da oben mit der Treppe? Weiß ich nicht. War da schon jemand die Treppenbruch? Ne, eine Bacardi-Halle. Nein. Oh doch, die ist groß. Was ist das denn? Für eine Luft. Oh Gott, hier in der Luft liegt. Na ja, komm ab Downstairs. Sieht hier aus wie Scheiße. Findste? Ist doch so ein Ikea-Klassiker. Kostet doch nix, das Ding. Es gibt noch Büros hier, die würde ich gerne noch mal gucken. Oh, guck mal hier, lecker. Was ist das denn? Geil, wer macht einer auf und liest eine? Wir fahren ein paar Autos rum. Im Kreis? Weiß ich nicht. Wir fahren hier irgendwo hin, aber groß hat sich fünf. Nimm mal Niese. Riech mal. Riech mal. Riech mal. Ne, komm. Oh, ist noch gut eigentlich. Ich könnte immer eine. Was ist das denn da? Na rechts. Also hier sind die Büros. Oh, ich geh jetzt gleich mal hier rein. Ja, die sind schon gut auseinandergerumpft, die Dinge. Krasser Scheiß, ey. Krasser Scheiß, ey. Oh, nee, ne? Was ist das hier? Warum stehen die? Oh, die ganzen Chips hier. Guck mal hier, Daniel. Würde ich jetzt gerne noch einen Blick reinhören, aber Leute, das ist einfach zu eng hier der Gang. Ihr seht, hier unten liegen diese ganzen Chips. Da liegen noch Tresor ohne Ende. Ich weiß nicht, warum die hier so viele Tresor haben. Keine Ahnung. Warum? Pinke Chips. Nein. Goldene. Goldene? Wo sind die Goldene? Das ist aber ein schelliger, billiger Tisch hier, ne? Sieht auf jeden Fall sehr hässlich aus, aber gut. Der Wille war da, ne? Naja. Oh. Toner. Boah, wer hat's für Toner, ne? Damit kannst du richtig Dreck machen, ne? Was darf denn? Toner. Ist er noch voll? Ja. Lass mal gegen von hier. Ne, siehst du nix. Doch, doch, da. Oh, da, doch. Da ist auf jeden Fall noch was drin. Leute. Wenn ihr jetzt wieder die richtigen Leute sehen, dann ist das Ding hier auch schon wieder durch. Wahrscheinlich. Ja. Die Frage ist natürlich, ach ihr seid da jetzt doch reingekommen? Was ist da? Ich filme gerade dich mal, aber ich kann hier leider nicht reingucken. Was ist da? Verzehrkarten. Ne, da hinten ist ein Orang. Alte Kassen. Nur Orang. Alte Kassen. Was ist denn mit dem Keller, wo die Nähmaschine drinsteckt? Ich weiß das nicht. Ich glaube den Keller finden wir nicht mehr. Das Video ist jetzt schon so ultralang, deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich von meinen Zuschauern jetzt an dieser Stelle mit diesem kleinen kurzen Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Boah, ist echt schon durch das Ding, ne? Aber denkt bitte, dass der Ort hier nicht mehr umgegeben werden sollte, damit halt hier nicht noch mehr Vandalismus entsteht. Wir hatten einfach Glück, dass wir reinkamen und ich glaube das sieht einfach nach meinem Video wieder ein bisschen anders aus. So. Ciao. Das ist heftig, oder? Ja, schein kalt. Ich glaube die Zuschauer hören gar nichts, weil der Wind hier so extrem nah pfeift. Meine Nase ist schon arschkalt. Meine Finger fallen ab. Es wird Winter, es wird ein Winterlosfläce anfangen.